Es ist schon sehr gefährlich, wenn man meint, man sieht alles. Ja, man sieht ja sehr gut und möchte einen anderen, der blind ist, führen. Obwohl man selber blind ist, ja gefährlich ist es, wenn man das gar nicht merkt, dass man gar nichts sieht. Und man denkt, man sieht alles. Und doch übersieht man die Hindernisse, die Schlaglöcher. Jesus spricht heute im Evangelium davon, ja wie soll ein Blinder einen Blinden führen können? Beide stürzen in eine Grube. Ja, wie gefährlich ist es, wenn Blinde Blinde führen? Und Jesus spricht ja nicht so sehr von der Blindheit des Auges, nicht von den Sinnen des Leibes, des Körpers, sondern er spricht ja von der Blindheit des Herzens und des Geistes. Das ist die furchtbarste Blindheit, wenn unser Herz, unser Geist blind ist. Blind für Gott, für seine Liebe, für seine Gnade. Blind für seine Anwesenheit, für sein Heil. Aber der Geist Gottes, der uns geschenkt ist, er ist Licht, er erleuchtet, ja das Auge unseres Herzens. Er öffnet uns die inneren Augen, damit wir nicht als Blinde leben, nicht wie Blinde umhergehen, sondern das ist Licht Gottes sehen, damit wir Jesus nachfolgen, der für uns Licht sein möchte. Weg, Wahrheit und Leben. Er ist die wahre Weisheit. Er schenkt uns sein Heil, sein Leben. Und er führt uns hin zur wahren Selbsterkenntnis. Blind sind wir oft, weil wir unsere eigenen Schwächen, unsere eigenen Sünden, ja unsere eigenen Unzulänglichkeiten nicht sehen. Wir sehen immer nur das, was die anderen Böses tun, was an den anderen fehlerhaft ist. Auch davon spricht Jesus im heutigen Evangelium. Wir sehen den Splitter im Auge des Bruders, aber den Balken in unserem eigenen Auge, den sehen wir oft gar nicht. Wir sind zu sehr von uns selber eingenommen. Oft meinen wir, nur die anderen sind schlecht, sind fehlerhaft. Nur die anderen tun Böses. Nur die anderen machen Fehler. Und man selber ist eigentlich mehr oder weniger perfekt. Auch das ist ein schwerwiegender Irrtum. Und Jesus möchte uns auf diesen Irrtum hinweisen, uns erkennen lassen, wie wir in den Augen Gottes sind. Er hält uns sozusagen einen Spiegel vor, dass wir uns selber so sehen, wie wir wirklich sind, nicht wie wir gerne sein möchten, möglichst perfekt, möglichst fehlerlos. Aber wir müssen nicht fehlerlos und perfekt sein, denn Gott liebt uns so, wie wir sind, mit all unseren Sünden und Schwächen und Unvollkommenheiten. In der Schrift heißt es, die Weisheit Gottes ist der ungetrübte Spiegel von Gottes Kraft, das Bild seiner Vollkommenheit. Und Jesus ist sozusagen selber diese fleischgewordene Weisheit Gottes. Er ist dieser Spiegel, in dem wir uns selber erkennen sollen. Und dieses Kreuz, sein Kreuz ist für uns der Spiegel, in dem wir uns prüfen, unser eigenes Herz, unser Reden, unser Denken und Ton, was kommt aus unserem Herzen hervor. Jesus sagt, jeder gute Baum bringt gute Frucht hervor, der gute Mensch bringt Gutes, gute Worte hervor, weil in seinem Herzen Gutes ist. So müssen wir angesichts des Kreuzes Christi auf uns schauen und uns fragen, sind wir bereit, auch unser Kreuz auf uns zu nehmen, und sind wir bereit, Jesus nachzufolgen auf diesem Weg der Liebe, des liebenden Dienstes für die Mitmenschen, der Hingabe an Gott? Sind wir bereit, einander in Liebe zu dienen, füreinander in Liebe da zu sein, weil Gott uns so unermesslich viel Liebe schenkt in seinem Sohn Jesus? Oder möchten wir immer größer sein als die anderen, besser, mehr, reicher, ja, immer über den anderen stehen? Oder lassen wir uns vom Geist Christi erfüllen, von seinem Licht, der als Sohn Gottes, als der Herr des Universums, der Herr aller Mächte und Gewalten, den untersten Platz eingenommen hat, der unsere Sünden auf sich genommen hat, er das unschuldige Lamm Gottes, die Last des Kreuzes, die Schuld der ganzen Welt hat er auf sich geladen, nicht weil er musste, sondern weil er den Menschen liebt, weil er uns Rettung und Heil schenken möchte, ja, weil Jesus Sühneopfer sein möchte für unsere Sünden, uns befreien will von aller Schuld, um uns der Blindheit des Herzens und des Geistes zu entreißen, damit wir den Weg des Lebens finden und auch füreinander da sein können, einander wirklich beistehen und führen können, damit wir Zeugen sein können für das Evangelium, keine blinden, blinden Führer, sondern Sehende, die auch andere, die noch nicht an Jesus glauben, ihn zeigen, ihn verkünden können auf glaubwürdige, glaubhafte Weise. Hier lassen wir uns neu stärken vom Herrn und nehmen wir auch die Prüfungen an, die Gott uns manchmal schickt. Es heißt ja auch in der Lesung, im Feuer wird der Ton, wird das Tongefäß geprüft. Ja, im Feuer wird offenbar, ob ein Gefäß Risse hat oder nicht. Beim Brennen zerspringt es, wenn da unsichtbare Risse im Gefäß sind. Und wenn das Sieb geschüttelt wird, dann wird offenbar, was der Unrat darin ist. Manchmal möchte Gott uns auch so schütteln wie wie ein Sieb, damit offenbar wird, damit wir selber erkennen, wo unsere Sünden, unsere Schuld ist, die wir in die Beichte bringen sollen, wo wir wirklich von Herzen umkehren sollen zu Gott, zu seinen Geboten, damit Gott uns erfüllt mit seiner Liebe und wir wirklich gute Früchte hervorbringen können, weil Gott in unseren Herzen und unserer Seele einen guten Boden bereitet. Gott hat alles gut geschaffen. Wir sind keine Disteln und keine Dornen. Wir sollen wirklich in ihm gute Frucht bringen. Wenn Böses, böse Gewächse in uns wachsen, Neid, Eifersucht, Streit herrscht, Unversöhnlichkeit, dann wachsen sozusagen die Disteln in unserem Inneren, in unserem Herzen. Da können wir keine Trauben und keine Feigen ernten, keine guten Früchte des Heiligen Geistes hervorbringen, keine Liebe, keine Freude, keinen Frieden, keine Freundlichkeit und Güte, keine Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, wie es in der Schrift heißt, wie er diese guten Früchte des Geistes benennt. Herr, lassen wir uns reinigen vom Herrn. Ja, wenn das Sieb gesieb geschüttelt wird, kommt der Unrat zum Vorschein, aber auch, wenn man zum Beispiel an das Goldwaschen denkt, dann kommt auch das Gold zum Tragen, dann wird auch das Gold sichtbar. Ja, das, was in unserem Herzen verborgen ist, wird offenbar. Und wir können alles Gute dem Herrn wieder zurückerstatten. Er schenkt uns seine guten Gaben. Wenn wir Gutes tun können, ist es Werk seiner Gnade, Werk seiner Gegenwart in uns. Ja, lassen wir uns vom Herrn stärken. Jetzt, wenn wir die heilige Kommunion empfangen, und bitten wir ihn um seinen Geist, um sein Licht, damit wir ihm nachfolgen können und seine Werke tun in seinem Namen für das Heil der ganzen Welt. Amen.